hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge uno heute mit bunter art orampage mushroom und mir der killer kanäle wie immer und eine plus vier für arnold das war einfach schön meine aufnahme läuft nicht müssen von euch starten die farbe der blauigkeit der blauigkeit des alkohols fabi des alkohols guck mal in deine tüte ist der blau aus hey fabi ja ein schermatter schmerz unter freunden natürlich ich lege die vier er legt die vier ein charmanter schmerz wollte ich sagen aber es trifft dir auch zu hätte ich einfach grünen lassen können nein habt ihr gewusst dass arnold gern tangas trägt ja also den letzten den ich ihm geschenkt habe hat ihm ziemlich gut gefallen wo hast du diese plus vier auf einmal aus deinem tanga ne die passt da nicht rein ne die passt da nicht rein die klemmt dann so zwischen die backen ne da musst du ein bisschen aufpassen dann wie beim fahrrad dass da auch so motorradgeräusche kommen das weiß ich nicht was für geräusche motorradgeräusche wie hört sich bei dir ein motorrad bitte an ich kann nicht mehr leute ich habe mir auch gleich gedacht so die die flussiere die war ziemlich schnell dem ach ja ich habe doch was der arnold ist ja auch karten magier ja ist richtig der lässt karten überall den fisch finden was ist denn karten magier du bist karten magier erzähl mal von deinen tricks arnold du lässt karten auftauchen wovon er keine waren arnold oh das war nicht gut hast du ne plus er hat ne plus zwei in rot geil alter hat sich gelohnt ja aber jetzt kannst du gewinnen ne für uns beide Fabi du regelst ne ich regel das schon es hat eh ne plus vier ist richtig aber für madden rot alter alter plus vier plus vier HAAA KÖNIG der LÖWEN LÖWEN Sonst halt bei musiklin das ist nicht unser stil was wolltest du grad singen ähm keine Ahnung ähm wie hier das afrikanische anfangslied das afrikanische anfangslied ach so ich weiß nicht wie das heißt ja das afrikanische anfangslied das장님 der LÖWEN KÖNIG der LÖWEN Erinnert ihr euch noch, als wir das 20th Century Fox Intro gespielt haben? Ja, mega gut! Welche Folge war das? 100. Folge World of Tanks Die Folge ist so geil 100. Folge World of Tanks Ey, ein Hammer Intro Das war Hamlet, ne? Das war Hamlet Genau, wo wir Hamlet performt haben Nicht nur das Mit Panzer Da haben wir auch noch Theater gespielt, versteht ihr? Es war schon immer an unserem Gen Laertes Ey, wegen dem habe ich Hamlet mal kennengelernt Ja, also, bitte Wir haben Bildungsauftrag von Beginn an Sieht sich durch bis heute Naja, gut, das war schon ein bisschen Ein bisschen weit interpretiert, ne? Ja, gut, mit Panzer, was willst du machen? Das war 1-1-2-Vorlage, Mann 3-2-1 Und jetzt gucken erstmal alle nach World of Tanks Folge 100 Ey, ist geil, Mann 20th Century Fox Intro Oh, super Man erkennt eigentlich gar keinen Unterschied Das ist das Geile Ja Es ist ja natürlich nur Hamlet Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Rennen veranstaltet Wir haben ein Clips veranstaltet Wir haben Werbeclips gemacht Wir haben Werbeclips gemacht Da wurde Blue Blue geboren, ja Ja, die rennen noch Und, oh Gott, wir haben so viel geiles Zeug gemacht Ich sprach der Franzose Wir haben also noch ein Panzer gegen fünf Panzer gemacht Wisst ihr das? Ja Wir mussten noch einmal fangen, glaub ich Fangen, ja Haben wir öfters mal gemacht Fangen haben wir auch gemacht, ja Die wollen nur noch eine Karte, gell? So viel geiles Zeug Arno, zerstör die Nostalgie nicht Während Hamlet haben wir so eine Irgend so ein Treffen gemacht von zu Panzern Und da wurde einer Ja, wo die Arti hat innen reingeschossen Was hat Simon? Wisst ihr das? Ähm, ah, äh, keine Blau Was hast du, Fabio? Hast du irgendwas zum Drücken? Äh, 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 ich hab ein grüner Richtungswechsel, ja Das würde gehen Klasse Ne, ich hol mir jetzt eine Karte Auch ein grüner Blumen Ja, muss man schon machen, ne? Ah, ne Eins in Grün Erstmal ziehen Uuuuh, la Falou Uuuuh, la Falou Ja, ne, ne grüne Eins, ihr wisst ja Bescheid Ne Mann hat ne grüne Eins, hab ich gehört Neuer Kannst du mir Ekle wieder auffüllen, Simon Ja, hab ich vorhanden Arnold, bist du eigentlich bescheuert Sehr gut Take it, Fabi, take it Hättest du nicht, dass du, ah, ne, das war gut so Fabian hat sich die zwei redlich verdient Uuuuh Ja, aber, ähm, wir haben nicht nur Fangen gespielt Wir haben ja auch gemacht, ähm, alle gegen alle Kämpfen ganz normal Ja Und dann war einer praktisch der Zerstörer Also der war halt mordsstärker Ja, ja, das war geil, ne Das war geil, ne Ich weiß noch, ich hab mal mit dem Tiger gegen euch gegen fünf Panzer gespielter Stufe fünf, glaub ich, oder vier Das war richtig geil Das ist auch ewig hier, Gott, wann war denn das? 2014? Das ist wohl je... Ne, früher, früher War noch früher? Echt? 2013 war das noch Ach Gott Also ein Jahr nach der Kanalgründung haben wir die Folge Ja, ja, ja Ja, ja, wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben aber ziemlich am Anfang, ähm, ja Ja, ja, das war so ein... Mit Einstiegsprojekt Ja Mit Borderlands 2 Mit Borderlands 2 Und Battlefield 3 Und Battlefield 3, oh, das wär geil Battlefield 3 Wo man in der ersten Folge irgendwie dein Lobby verbracht hat, oder so? Ja, Mann! Vielleicht müssen wir mal wieder so die alten Videos anschauen, mal Ähm, ja, hab ich auch Hab ich auch Ja, Simon hab ich auch Und nochmal? Äh... Ja, Simon hab ich auch Und nochmal? Ja, Simon hab ich auch Ja, Simon hab ich auch Was ist falsch, Mann? Ich bin behindert Oh Gott Oh Mann, ey Oh Mann, ey Überleg mal, was eine Wahrscheinlichkeit das ist, dass er... Dass Simon alle Karten gleich hat wie Martin Oh Gott, ey Und ich die auch noch in der richtigen Reihenfolge spiele Ja Die großen Karten, die ich jetzt am Schluss gehabt habe, die hätte er nicht gehabt Äh... Danke, Simon Danke Gerne Gerne Das ist ein richtiges Tag Team Match Dafür, dass du damals in der Lobby verbringen musstest Hast du nochmal? Ja Und nochmal? Ja Und nochmal Nein Danke, Simon Fabian, bitteschön Oh Setz dich gut ein Nein Passt mich Simon in der Kantine Noch ein Stück Ah ja, noch ein bisschen Noch ein bisschen Gerne, noch ein bisschen Ah ja, ich hab noch keinen Hunger Klack Genau deswegen wollte ich sie mir aufbewahren, Mann Genau deswegen Ich hab sie direkt rausgeklopft Und da muss natürlich die Null kommen, Mann Arnold, putz mal deinen Bart, da hängt noch ein bisschen was Was denn? Ja, du weißt genau was Nee, weiß ich nicht, sag's mal bitte Ich darf's nicht aussprechen Ah Wir haben nur einen Bildungsauftrag, Arnold Ach, schade Aber das vergisst du natürlich wieder Ich dachte, du bist mutig, aber okay, bist ja doch nur ein Feigling Nee, deswegen trinkt er auch sein Bier aus ner Tüte Sein Bier Ja Er trinkt Bier aus der Tüte Und Simon lässt ihn direkt aussteigen Barbie trinkt auch weiter sich nicht ab Entschuldigung, ich hab keine Kohle Was soll ich machen? Anschaffen gehen? Schaffen, nee Anschaffen gehen hat er gesagt Anschaffen, achso Ja, schau mal dir an Vielleicht verlagst du noch ein bisschen mehr mal Den bucht doch niemand, Arnold Ja, gut Arnold wird mich sofort buchen Er sagt das nicht Ja, würd ich machen Er verlangt aber immer ganz schlimme Sachen Ja, und der prallt dich auch immer aufs Geld, ne? Ja, richtig Dann rennt er weg am Schluss Ich wollte was du willst sagen und ich mir halt immer Oh man, dieses Spiel, Alter Das macht einen fertig, ne? Das ist schlimm, ey Wer guckt sich sowas an? Das ist halt echt das Hey Leute, ihr guckt euch den Scheiß an, wirklich? Ja, das ist voll interessant, halt Das ist mega lustig Ja, man hat Theater Geht das vielleicht zu lange? Also an die Zuschauer Geht das so ne Folge zu lange? Jede Folge war jetzt maximal um die 20 Minuten Ja, keine Ahnung, vielleicht will man eher so eher Quickies haben Die kann man sich zu Hause irgendwie besorgen Also begibt es hier nicht Hier gibt es Uno Hier geht es nur Qualität, Mann Ja, das ist richtig Qualität Braucht halt ihre Dauer Okay Das ist ein geiler Werbespruch Qualität braucht halt ihre Dauer Kaufen sie bei uns Ein Blue Crew Heute bestellen, nächstes Jahr liefern Weißt du noch, was für Sprüche wir da hatten? Bei Blue Crew meinst du? Ja Ähm Boah, je Er hat mir so shit wie Ich kann einfach so die Brücke runterfliegen, Mann Ja, ja Achso Gut, ja, äh Ich war doch, ich kann fliegen oder sowas Und du hebst ab oder irgendwie sowas Ja Und beim einen ist einer einfach ins Wasser gerutscht, Mann Das war auch lustig, Mann Das war mega gut, ja Stimmt Wo es schon praktisch fertig war Und dann passten wirklich passend Einfach, ach verdammt Noch ins Wasser gerutscht Und dann ist jetzt zwei Panzer aufeinander geknallt Das war irgendwie, glaube ich, schon ein Dickkopf Bist du oder irgendwie sowas Ich weiß es nicht mehr Ah, Fabi, das ist langsam langweilig Ah, es wird nie langweilig, wenn ich dir geht Ah, es ist schon Ah, du musst wieder viel bezahlen Ausgelutscht Ausgelutscht wie du Ja, von dir, danke Der war nicht so lustig Ja, komm Ui, ui, ui Boah, ist das ein scheiß Blatt Ja, ist richtig übel Boah, noch eine Boah Ich kann mit dem Blatt hier vier Runden lang Hey, Mann, der gewinnt schon wieder mit seinen gelben Dingern da Nein, nein, nein Einfach nein Ja, weil der jetzt rot lebt, Mann Ich hatte auch mit den gelben nicht gewonnen Aber jetzt fühle ich erstmal wieder auf Erstmal voll machen, sagst du Oh Hätte ich ihn mal aussitzen lassen, was ist denn das für eine blöde Farbe Yellow Jetzt hast du genug Alter, Simon, die Hand Was ist mit der Hand los? Es ist dein Kämpfer, Simon, die Hand Man nennt ihn nur Simon, die Hand Und erledigt alles Boah, ey, die Hand ist ja echt, also That's what she said, Mann Ja, that's what she said So lange es nur die Hand ist Ah, fucky Come on Verlieren wir halt die Defense Mein Gott Defense Du füllst dir noch mehr auf Das weißt du schon Alter Ich setz erstmal aus, Mann Komm, Mann, du hast auch nen Aussetzer Passiert öfters, hast du? Ja, sehr gut Ja, ich hab auch nen Aussetzer Ja, ich hab auch nen Aussetzer Das hast du öfters, ja Aber nicht jetzt Hast du noch nen Aussetzer, Mann Hey, Mann, ich hab das aus Warsen geklippt, gell? Ne, ich hab keine Aussetzer Sehr gut, Arno, sehr gut Was hast du aus Warsen geklippt? Einen geilen Spruch Achso, ja Hier auch noch viel Spaß mit den geilen Karten, Mann Fabi hat zwei blaue, eine 3 und Ah, vergiss Und eine 0 Martin hat zwei blaue Welche denn? Eine 3 Ah, vergiss, vergiss Simon hat zwei blaue Welche denn? Der meint ist so lang Das hat sich jeder mal gehabt Das hat sich jeder mal gehabt Die will ich jetzt auch nicht mehr haben, Mann Die sind 6 Karten, Mann Die sind 6 Karten, Mann Die gehen rum Die gehen richtig rum Schau mich, Fabi Was? Und dich Wer holt dich jetzt hin? Ich hätte jetzt was anders erwartet, Daniel, von dir Ne, 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 sowas sagen wir hier nicht Er weiß aber direkt worauf ich trauen wollte Er weiß aber direkt worauf ich trauen wollte Wir sind kultiviert Die Kühltür sagste Die Kühltür, sagste? Die Kühltür, ja Solch eine Intrigenz wollen wir hier nicht haben Oho Eloquenz ist hier äh Von nötig oder wie Da kommen sie, Mann Was brauchste? Red Jo Red Arschloch Ganz einfach Simon, weißt du? Was denn? Wahrscheinlich schon Nächstes Mal einfach anders Anders? Und Anders einfach anders ist? Andersen 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 Ne, stopp Thomas Andersen Oh nein Pater Andersen Nein, nein, du kriegst nix mal den Thomas Andersen war ein Betrüger Hast du vielleicht was zum austeilen? Nein, nein, du kriegst Pater Andersen Pater Andersen ist besser Ja Oh, das wollte ich nicht Aber ich will eher so der Alu Katz Der Alu Katz? Was ist das? Was ist ne Alu Katz? Ne, ne, was ist ne Vampirkatze Der Katze aus Aluminium Wenn er sich richtig unterwandelt, dann verwandelt er sich in Katz Die Alu Katz Der Katz? Natürlich Der Katz aus Aluminium Dafür muss er erstmal aussetzen Martin setzt aus Das sagt doch dein Name schon, oder nicht? Ebe echt, ey Arnold, lass nochmal Ebe echt, ey Ebe echt, ey Drei, zwei, eins, meins, meinst du? Ja, was jetzt? Meins oder teins? Unsers Ah Wir sind hier im Kommunismus Ah, Auas Was? Auas Auas Wie ja vorgestern Habt ihr nicht mitbekommen? Ich hab kein Geist gesehen Ich hab kein Geist gesehen Arnold hat ne grüne Null Arnold setzt erstmal aus Sehr gut Ähm, ich würde die neun legen Arnold, wenn jetzt bei uns hier der Geist des Kommunismus rumgeht, holen wir die Ghostbusters? Ey, sind die auch? Gehen die auch gegen Kommunisten? Jetzt haben wir jene grüne neun Ich glaub ich schon Die müssen noch ein bisschen am Rädchen drehen von ihrer Maschine, glaub ich, dann geht es schon Dann geht es schon Schalter auf links Ooooooh Ne vier Blau haste? Ja Oh, schade Ja Alter Gabi Arnold, blau haste? Ja Ja Das ist vier, jawoll Come on Come on Nein, dann ist Simon dran Aha Ah So Fabi, jetzt regeln, komm Ja, Fabi regelt für sich Nein, er regelt für mich Nein Nein Ich hatte doch nur scheiß Farbwechsel aufgehört Nein Ich hatte doch nur scheiß Farbwechsel aufgehört Das ist so ein Vogel Ja, für mich wäre es logisch gewesen einfach Das ist so ein Vogel So, liebe Leute, vielen Dank, vielen Dank Ja Fürs UNO zuschauen, fürs dabei sein, wir sind raus Macht's gut, liebe Leute Macht's gut, ciao, ciao Ciao